Herzlich willkommen bei Seascape. Wenn wir IT-Teams gefragt hätten, was die größte Herausforderung in den letzten Monaten war, dann doch, wie man Mitarbeitern von zu Hause sicheren Zugriff auf Applikationen im Rechenzentrum und oder auf das Internet gewähren konnte. Oft am Unternehmen die nur zwischen zwei Optionen unterschieden. Option Nummer eins, Mitarbeiter wählt sich über den VPN in das Firmennetzwerk ein, um durch die Sicherheitsvorkehrung im Rechenzentrum auf das Internet und oder die Cloud zuzugreifen. Option Nummer zwei umging das Ganze und der Mitarbeiter bekam direkten Zugriff auf interne Applikationen, Firmendaten und oder das Internet ohne jeglichen Schutz. Seascaaler bietet Ihnen eine Option drei. Bedeutet, wenn Ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, haben diese durch die Cloud-basierte Plattform sicheren Zugriff auf das Internet bzw. auf Ihre internen Applikationen, seien diese gehostet in Ihrem Rechenzentrum und oder Ihrer eigenen Cloud-Umgebung. Wir freuen uns, Sie auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!